Eller Brandgeruch wieder. Das ist der Hit. Die Dödels vom Schornstein sind unten. Tja, gestern Abend 8 Explosionen, gestern Abend unter der Straßenbeleuchtung, heute Morgen unter der Straßenbeleuchtung, der Rauch. Und ihr seht es ja, es geht weiterhin weiter. Es interessiert keine Sau. Die nächsten Tage werden wir wieder geile Explosionen kriegen, weil die Jungs kriegen das nicht hin. Die machen das immer eher schlechter. Ihr werdet es ja sehen. Die nächsten Videos kommen.